Willkommen bei Profischnack.de. Ein Schnäppchen von K&W Lichtenfels, einer Himmola-Tochter habe ich heute für Sie. Und zwar diese wunderschöne Eckgarnitur, 7206, dreiteilig mit zwei integrierten Inkleinern, in leerer Bronco 78, dunkelbraun. Es ist ein Stück aus der Hausausstellung. Diese Garnitur ist leger gepolstert. Sie sitzen richtig drin, nicht drauf. Und Sie haben hier integriert einen ganz tollen, ich mache jetzt erstmal den Rücken hoch, Inkleiner, der Rücken funktioniert manuell. Die Fußstütze kommt automatisch raus. Der ganze Beschlag schickt nach vorne, sodass es ein Wall-Free-Beschlag ist. Das heißt, Sie müssen hinten nicht von der Wand wegbleiben und Sie haben höchste Bequemlichkeit. Auch in diesem Sitz haben Sie den gleichen Beschlag. Immer ganz nach hinten, dann wieder einrasten. Hier haben Sie den gleichen Beschlag. Zwei Luxusplätze. Bei dem Eckanbaussofa haben Sie die Kopfteilverstellung inklusive, das zeige ich Ihnen auch. Ein Überstricker für den Kopf, damit Sie in der hinteren Position hier nach vorne zum Fernsehen schauen. Hier können Sie sich jetzt natürlich auch den Nacken steif machen. Nein, da können Sie auch top sitzen. Pflegeleichtes Leder, abwischbar, Männer und Kinder geeignet. Kompakte Maße, Sie brauchen bloß 2,88 Meter hier und 2,23 Meter hier. Schöne Metallfüße und einen wahnsinnig günstigen Preis. Diese Eckgarnitur ist etwas für alle, die es sehr bequem haben wollen, die eine Relaxposition einnehmen wollen, die sich nicht vor Elektrik scheuen und die sparen wollen, echte Smart Shopper sind. Sind Sie das? Ja dann, ja dann, schnappen Sie zu, KW 7206, bald bei Ihnen. Würde mich freuen, Ihr Lutz Reinhardt und tschüss, da wo der Profi schnappt.